Welcome to TV Vienna, hallo! Heute begeben wir uns auf eine kleine Zeitreise. Wie weit zurück? Das könnt ihr euch jetzt gleich selbst anhören. Und zwar haben wir für euch Patricia Hill. Hallo! Was singst du für uns? I know what I want. Take it away! I know what I want. I know what I want. I know what I want. You care so much about me. Bring me joy and brighten up my life. Give me strength to carry on or to hold on and to stay alive. You came and took away all those bad times I was going through. You're all and my everything, boy. You're my love, you're my heart and soul. I know what I want. And what I want is not a secret. I know what I want. I want you. I want you. Only you. God bless the day I found you. For so long I've been waiting for you. I've been mine. I've been mine, my sweet baby. Every day and forever more. I do believe in you, babe. And I know what you say or do. Don't need no one but you, boy. Finally, my wishes come true. I know what I want. And what I want is not a secret. I know what I want. I want you. I want you. Only you. I know what I want. I know, I know, I know. You're my secret. I know what I want. I want you. You. Only you. My baby tonight I know, I know, I know I know, I know, I know I want you, 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 you I know what I want Yeah, yeah, yeah And it's not a secret No, I want you, you, only you I know And it's not a secret No, I want you, only you Wow, Patricia Yo, großartig Ja, ihr habt es richtig gehört Die 90er sind zurück und wir stehen voll drauf Ich meine, Dankeschön Die 90er sind zurück Eigentlich geht es erst richtig los mit dem Beat Genau, es sind eh fünf Songs auf der CD Die CD, 5 90er Die erste CD ist jetzt draußen, kann man jetzt kaufen Wie kommt es dazu, 90er Jahre Sound? Also die Songs wurden eben damals schon in den 90ern geschrieben Sozusagen und wir haben die quasi neu adaptiert Haben aber die Songs jetzt in dem Sinn nicht verändert Eben um diesen 90er Flair zu erhalten Okay, und die Kreation stammt? Und so klingt das jetzt Von ihm Genau Er ist da Unter anderem Ja, da sind zwei Ein Team aus zwei Produzenten Okay, und noch namentlich erwähnt? Ema Zeier und Wolfgang Beyer bin ich Wunderbar Du wirst auch beim Donauinselfest performen Das liegt dir noch ein bisschen in der Zukunft Im Sommer hoffen wir, dass wir dieses Jahr wieder dabei sind Und der nächste Step ist in meinem Musikvideo Zur ersten Single Eben zu I Know What I Want Und das wird jetzt im April passieren Darauf freue ich mich schon Wir werden die verfolgen Patricia Hill auf der Webseite Auf Facebook Genau Und so weiter Was da alles kommt Eben und es gibt sicher noch einiges in der Schublade Absolut Genau Es kommt sicher noch mehr Es kommt sicher noch mehr Wunderbar Dankeschön, dass ihr hier sein durfte Vielen Dank Es war auch ein Vergnügen für uns Für alle Ja, genau Dann sehen wir uns nächste Woche Dankeschön, Baba Back in ETV